Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach eine 2x2 Pistentüre in Minecraft bauen könnt. Wir haben hier eine Türe, diese können wir mit diesem Hebel öffnen. So, die Türe geht auf, man kann durchlaufen und dann später wieder umschließen oder geht automatisch wieder selber zu. Man kann hier aufmachen und wieder zumachen. Ich zeige euch jetzt genau, wie man das Ganze baut. Um die Schaltung zu bauen, benötigt ihr Rebaublöcke, 12 Lieblingskolben, 21 Webstone, 5 Verstärker, 3 Webstone Fackeln und einen Hebel zum Aufmachen. Später könnt ihr noch mehr nutzen zum Ganze automatisieren, dazu komme ich aber erst später. Nun müsst ihr einen 9x6 großen Bereich freiräumen, dieser muss später 3 Blöcke tief sein. Aber wie ihr hier sehen könnt, müsst ihr nicht alles freiräumen, nämlich nur einen Bereich von 6 auf 6 Blöcken, muss 3 Blöcke tief ausgehöhlt werden. Als erstes müsst ihr gucken, wo ihr die Türe haben möchtet. Also platziert einmal hier eure Blöcke, das wird nachher der Weg, worauf die Tür gebaut wird. Die Tür wird nachher hier sein. Das heißt, wir platzieren hier einmal klebrige Kolben, hier klebrige Kolben, dass die klebrigen Kolben in diese anderen Kolben reinschauen. So muss das aussehen. Dann nebendran nochmal zwei. Dann haben wir jetzt das hier so. Und dann davor hier einmal Blöcke. Das gleiche auch nochmal auf der anderen Seite. Ich baue immer Hilfsblöcke hin. So. Dann einmal Kolben, Kolben. Pisten, 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 Pisten. Und das Ganze einmal zubauen. Die Blöcke könnt ihr unten drunter wieder wegmachen. Die brauchen wir nicht. So, hier, das ist einmal die alle Pisten, um die Türe zu öffnen. Jetzt können wir einmal hier Blöcke platzieren. Einmal hier, hier, hier und hier. Dann noch hier Blöcke. Und hier Blöcke. Nun können wir einmal hier vier Reston oben drauflegen. Über die Öffnung, über den offenen Teil. Nehmen hier einmal einen Verstärker. Und gehen mit diesem einmal nach außen. Und zwar so und so. Genau. Wichtig dabei ist, dass der Verstärker einmal auf der maximalen Stufe ist. Also, wenn er so ist, eins, zwei, dreimal draufklicken. Und das bei diesem auch. Nun macht ihr einmal vor dem Verstärker einen Block drauf. Das gleiche auch hier. Und dann verbindet ihr die alle einmal mit Redstone. So. Und hier auch. Der obere Teil ist schon mal fast geschafft. Als nächstes gehen wir nach unten, unter die Pistons. Und platzieren da, wo die Pistons sind. Also hier. Die werden ja die Pistons sein, wenn die einfahren. Und hier gehen wir nach unten in den Boden. Und platzieren hier zwei Blöcke. Zwei Blöcke tiefer. Und hier einmal eine Redstone fackeln jeweils drauf. Auf beide Blöcke. Die lassen sich hier oben gehen. Blöcke oben drauf. Können wir wieder drauf machen. So. Jetzt können wir einmal hier zwei Verstärker platzieren. Die jeweils in diesen Block reinschauen. Und dann noch hier Redstone drauflegen. So. Jetzt können wir einmal hier das Ganze noch mit Blöcken verbauen. Jetzt müssen wir einmal den Knall von hier bis hier hin machen. Dass es hier oben ist. Hier kann das Redstone abschneiden, weil hier die Verbindung bestehen bleibt. Dann können wir hier jetzt einmal den Weg nach unten mit Blöcken machen. Ich mache das einmal so. Wichtig dabei ist, ihr müsst das nicht ganz runterziehen. Denn ihr könnt hier eine Fackel hin machen. Dann haben wir das Signal einmal verneint. Denn die Fackel muss hier an sein. Und das Signal muss auch an sein. Dann legen wir einmal hier noch Redstone nach oben. Dass einmal hier die Leitung verbunden ist. Und dann ziehen wir hier einen Verstärker, der eins, zweimal draufgeträgt wurde. Und jetzt können wir hier unseren Schalter anbringen. Hier wird nachher der Input von der Schaltung sein. Wenn wir es hier einmal draufdrücken, sehen wir, die Tür geht zu. Wenn wir aufmachen, geht die Tür wieder auf. Ihr könnt hier natürlich noch einmal die ganze Tür automatisieren. Das heißt, ihr nehmt einmal hier aus dem Inventar einmal die Redstone Vergleicher. Die braucht jetzt vier Stück davon. Anstatt diesem Schalter machen wir hier einmal einen Verstärker hin. Der kann auch hier reingehen. Das ist egal, ob ihr hier reingehen. Und hier könnt ihr einmal ein Signal anlegen. Einmal so. Dann machen wir hier einmal den Block weg. So. So. Und so. Hier gehen einmal zwei Vergleicher rein. Die beiden hintereinander liegen. Und hier auch. Einmal für mich mit Redstone verbinden. Das ist nun ein Kondensator. Dieser speichert die Stromstärke kurz, die wir hier reingeben. Nehmen wir noch einen Schalter. Verbinden das Ganze wieder mit Redstone. Und unseren Knopf. Den wir jetzt zum Beispiel hier nehmen. So. Und hier den Knopf drauf. Wichtig hierbei ist noch, aktuell ist die Tür ja auf. Das wollen wir ja nicht. Das heißt, wir müssen das nochmal verschieben. Um einen Block. Sorry. So. Aber wichtig ist, dass es immer so aussehen. Und an diesem Block von dem Kondensator machen wir eine Fackel. Jetzt muss ich einmal die Türe komplett schließen. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, geht die Türe automatisch auf. Bleibt für ein paar Sekunden offen. Und schließt wieder automatisch zu. Und jetzt. Falls ihr die Türe länger offen haben möchtet, könnt ihr hier die noch erweitern. Oder auch kürzer machen. Wenn ich kürzer mache, zum Beispiel jetzt hier so. Dann bleibt sie noch kürzer offen. Und geht jetzt wieder zu. Da könnt ihr aber variieren. Jetzt könnt ihr hier einmal alles zubauen noch. Wie ihr das möchtet. Aber wichtig ist, dass ihr hier keine Red Zone durchabschiedet habt. Wenn ihr es so macht. Gehen die unteren Pisten sich nicht mehr. Und das ganze Schaltung ist kaputt. Da ich ja auch hier. Wenn hier in der Red Zone ist. Das ganze obere Teil kaputt. Dann müsst ihr aufpassen, dass ihr da nichts kaputt macht. Genau. Aber hier könnt ihr alles zubauen. Und dann schön eine geheime Base haben. Wie ihr das haben möchtet. So, und damit war es das auch schon. Schreibt gerne in die Kommentare, was ich noch als Tutorial machen soll. Und wie ihr das Tutorial fandet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.